Herzlich Willkommen zu einem weiteren Kataklysm-Beta-Video. Ich möchte euch heute den aktuellsten Beta-Bild vorstellen, der wurde in der vergangenen Nacht auf die Server gepatcht. Und zwar gibt es jetzt die neuen Druiden-Baum-Formen, bzw. eigentliche Form. Jetzt ändert sich nur die Farbe, je nachdem, wie man, was für Haarfarbe man hat, etc. Und ja, hier ist sie, ihr seht hier sie schon. Sie ist relativ massiv, finde ich, auch wenn ich absolut keinen Plan vom Druiden habe. Aber, ja, sie ist halt recht, sie kommt recht massiv rüber, sage ich mal. So, die Neuheit ist jetzt natürlich, sie ist nicht mehr dauerhaft da, sondern hält nur noch 30 Sekunden. Deswegen ist das Video natürlich auch relativ kurz. Und hier machen wir gleich nochmal den Cut. Und ihr seht ein Fullscreen ohne UI und alles. Ähm, ja, einfach mal etwas vom Nahen. Also ich finde vom Aussehen absolut schön. Ähm, auch wenn ich nicht Druiden spiele, gefällt sie mir eigentlich doch schon. Falls ihr jetzt sagt, oh mein Gott, was ist das für ein Ungetüm. Ähm, es wird die Möglichkeit geben, durch eine geringe Glyphe das Aussehen der aktuellen Baumform, also so wie man es eigentlich kennt, wieder anzunehmen. Ähm, das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz hier. Wir müssen ganz runter zu den geringen Glyphen und da seht ihr schon die neue Glyphe, welche dann wieder die alte Baumform, ähm, ja, annimmt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe im Aha geguckt, leider ist sie dort nicht verfügbar, ich kann sie auch nicht lernen. Ich hätte euch die, die neue alte Form natürlich gerne gezeigt, aber ja, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch etwas zu früh. Ähm, sobald es da neue Informationen gibt, mache ich ein Video und zeige euch diese natürlich. Und, ja, bleibt mir nur zu sagen, Dankeschön fürs Anschauen und, äh, schönes Wochenende. Das war es jetzt erstmal für mich, ich bin bis Sonntag nicht da und, ja, bis demnächst, ciao. Bis zum nächsten Mal.